Über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada gibt es viele Vorurteile. Ein paar wollen wir jetzt aufklären bei FreeFact von der Fraktion der Freien Demokraten. Nummer 1. CETA bringt doch eh nichts. Oh doch und wie. Das Abkommen erleichtert den Handel, macht Lieferketten belastbarer und verbessert Zugänge zu Technologien sowie kritischen, also in Europa begrenzten Rohstoffen. Ja. Nummer 2. Okay, Kanada profitiert, aber die EU? Excuse me. Die EU profitiert extrem von CETA. Unter anderem, weil rund 98% aller Zölle zwischen der EU und Kanada abgebaut werden, weil europäische Unternehmen dadurch im Jahr rund 590 Millionen Euro sparen und weil das Bruttoinlandsprodukt der EU pro Jahr um etwa 12 Milliarden Euro steigt. Nummer 3. Klima- und Verbraucherschutz werden reduziert. Nein. Der Schutz der öffentlichen Gesundheit, der öffentlichen Sicherheit und der Umwelt sind explizit festgeschrieben. Im Bundestag haben wir nun endlich CETA zugestimmt und damit das Verfahren nach Jahren endlich abgeschlossen. Wir sagen Ja zum Freihandel.